Das Hotel Amazones Village Suites liegt in Piscopiano in Creta. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hotel Amazones Village Suites eine Weiterempfehlungsrate von 61%. Insgesamt haben 83 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,9 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,3 von 6 Sonnen. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 3,8 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,8 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnen wert. Gastronomie Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,6 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.